Hey Schnitte, schon belegt? Hä? Wie bitte? Sind deine Eltern Architekten? Oder warum bist du so gut gebaut? Nein, mein Papa ist Buchhalter. Du bist so süß. Wenn ich hier stehen bleibe, bekomme ich Diabetes. Was ist Diabetes? Bist du Google? Nein, ich bin Lisa. Weil du bist alles, was ich gesucht habe. Lass mich in Frieden. Aua, mein Herz. Alles okay bei dir? Ich glaube, ich brauche eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Nein, auf keinen Fall. Aber dann sterbe ich vielleicht. Pech gehabt. Hab ich da Mund-zu-Mund-Beatmung gehört? Ja, der da braucht eine. Nein, danke. Mir geht es schon besser.